Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Der Zaun ist nur ein bisschen gefährlich da bei der Schaukel, ne? Gut, reden wir mal mit... ähm... Oh. Was ist das? Generator. You guys come along with gas just in time. Hey, uh, don't mess with that, okay? The thing's a little tricky and I don't want to spend half a day trying to fix it again. Alles klar. Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back in the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? Yeah, if you need some extra people to protect the dairy, you can count on us. Well, hopefully it'll never come to that, but thanks. All right. All right. All right. We got to keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Yeah. Like us. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no. We've made similar deals with other folks, uh, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Oh. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about three or four seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section and, uh, if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. Never know. Alles klar. Das ist riesig. Oh. Ein Pfeil sogar. Oh. Hoffentlich, ja. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Ah, poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Disgusting. Who do you think he was? Maybe a farm hand. I don't know. I hope he wasn't like this long before the fence finished him off. Yeah. Come on. Yeah. I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God. Can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Eh, well, it's useless without gas. We might need food, but the St. Johns need gas, too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas. Easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. These folks are just delaying the inevitable. This place is going to fall apart. Just like everywhere else. Maybe you're right. There's another one. I see it. I've got this one. Oh, come on. I need to go ahead and get it out. Oh! We need to go ahead and get it out. Oh! That's all about it! Oh! 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 Oh, my god. Du hast immer noch den Ruhm, hast du? Nein. Christ, ich kann nicht aufhören zu denken über die Zitze. Danke für die Rationen vorhin. Es ist nicht einfach zu essen in front der Kinder, aber das ist alles, was mich auf meine Füße gerade jetzt. Ich bin auch froh, Marc. Du denkst, dass sie gut für das Zitze sein werden? Zitze für ein ganzes Grupp von Leuten? Das kann natürlich sein. Oh, der Zaun ist nicht richtig hoch. Der hat sie echt ganz schön verhindert da drin. Guck! Guck! Was zur... Das funktioniert nicht, alles klar. Ist hier rechts noch irgendwas? Ja. Alles klar. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ey. Wir können doch gar nicht so viele Pfeile haben. Come on. Noch einer. Ach Mensch, ey. So viele. Als ob der noch lebt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guck! Alles klar. Oh Gott! Wer kommt denn da her? Warum ist das so schnell? Ähm, warum ist das so schnell? Oh, danke. Ja, was jetzt mit dem Tor? Warum habt ihr es nicht wieder zugemacht? Ja, gut. Ist ein bisschen schwer mit Beschuss, aber okay. Ich gehe. Zum Glück! Was ist gut? Ich weiß, was contrario nicht mehr ist? Der elektrikhema wurde. Manche Leute furchtieren von den gassen. Und wir haben sich zwischen dem und dem gassen. Gott, was du mitt in den gassen? Ich hörte Mark zu schähen. Du bist gesagt, dass ihr alleAKE mir das alles klar. Manche, ich bin echt ausdrücklich. Oh mein Gott! Was hat mit dir passiert, liebk access? Es waren solche duane in den gassen, Mama. Ja, ich werde alles gut, wenn es rauskommt, aber Gott sei Dank, es tut mir leid. Hey, y'all. Mark, oh mein Gott, was ist passiert? Er wurde mit einem Arschluss. Christ, bist du okay? Ja, ich bin okay. Ich sollte nur... ...dass es rauskommt. Oh nein, honey, komm, Brenda's got you. Komm in, jetzt rein. Wir haben y'all geteilt. Wow, du musst du sein. Was ist das? Wir haben ein paar Leute auf der Weg hier. Bandits, ich glaube. Ich glaube, es war sie, die Attacken uns. They gave us a lot of problems in the beginning, killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a deal. You do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. So much for your deal. Those shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry, Lee. If I had any inkling they were gonna give you guys trouble, Well, well, we would have gone out there with you. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Pandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motorin. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch motorin until we get back. Hey, kids, look what Lee got working for you. A swing. I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Thanks, Lee. You're the best. Yeah. Oh, pass doch den Zaun auf. Bitte. Kinder. Davor habe ich ja gerade irgendwie ein bisschen Angst, ne? Ja, okay, gut. What? Einmal außenrum. Hey. Hey, Lee. How's it going with the St. John's? Good. I was talking to Andy earlier and offered our group's assistance on the dairy. I don't think they have much to protect them besides the fence, though he seemed pretty appreciative. Great. Sounds like they're starting to accept us. Definitely. How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. I thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know? I guess, uh, Lily isn't too thrilled about being here? I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food, and I'm not about to sit around that motor in and watch him go hungry. You're with me on this, right? Yeah, of course. Lily's judgment is clouded. But you got a pretty clear head about these things. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. If everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. That's funny, considering you didn't seem too worried about Duck back at Herschel's farm. That's in the past, Kenny. Lots happened since then. Yeah, right. I'm gonna go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. Sounds like they're pretty amped up about it. This might be a good way to earn their trust. Good idea. Good idea. Ja, Schaukel muss ich nicht ansehen. Hatten wir ja schon mal angesehen. Von Clementine will ich reden. Hey, Clem. Gibt es den Schwing? Ja, es ist Spaß. Danke, dass ich es fixe. Du bist willkommen. Willst du mich auf den Schwingen? Natürlich. Ich bin froh, dich auf den Schwingen zu schwingen. Gibt es, wenn Clementine einen Moment nimmt? Okay, Duck. Lass Clementine einen Moment machen. Okay. Awww. Es ist schön. Es erinnert mich an, wie die Dinge vorhin zu sehen. Ja, es ist. Denkst du, dass Dinge wieder zurückkommen werden, wie sie waren? Ja, ich bin nicht sicher, wann. Aber einen Tag müssen Dinge wieder zurückkommen. Das ist gut. Ich hoffe, es wird schnell in. Ja, ich auch. Okay, wir sind jetzt sicher. So lange, dass die schlechten Leute mich nicht auch nicht bekommen, oder? Ich lasse nicht, was mit Mark zu dir passiert. Ich versuche es. Ich versuche es. Okay, Clem, das ist genug für jetzt. Okay, danke für mich. Natürlich, es ist alles dein. Ja! Okay, Doc, nicht einen Gaskett. Benzinkanister. Schauen wir uns hier mal ein wenig um. Da oben sind die beiden, okay. Da kann ich auch noch rein, da gehe ich auch gleich rein. Erstmal hier hinten umgucken. Hier ist nichts außer Heubein. Das stimmt. Denke ich auch. Das ist ein guter Platz. Wo ist die Kuh eigentlich? Okay, der will nicht mit uns reden. Alles klar. Ist hier hinten noch was? Nein, okay. Halt die Fresse jetzt. Aber du glaubst mit dem, wie ich Dinge reinge, richtig? Ja. Du bist ein guter Leder, Levin. Kenny ist zu emotional. Aber seine Intenten sind in dem richtigen Platz. Aber es wäre besser für alle uns, wenn wir zwei zusammen zusammenarbeiten können. Ich glaube auch, ja. Beide zusammen. Okay. Oh. Wie fühlst du dich, über den Motorrad zu verlassen? Es ist ein herzliches Veränderungsgericht. Oh. Ich weiß nicht. Wenn wir nur wo wir waren, dann Mark nicht mit einem Ereignen in seinem Bein. Hey, um. Kann ich mit dir in Prime für einen Sekunden reden? Okay. Es ist drei Monate. Ihr Vater immer mich wie ich ein bisschen wie ein Mann. Doch. Ich weiß nicht, dass er das nicht verändert hat. Doch. Es ist kein Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie er das ist. Meine Vater kann manchmal ein Mann sein. Ich weiß das. Aber er ist kein Schmerz. Doch. Er ist einfach... Er hat einfach... Er hat viel Angst. Er hat so viel Angst. Er hat so viel verloren. Er hat sich... Er hat... ... alles. Und es hat ihn verraten. Ja, du weißt? Ja, er ist bitter und schade. Aber das ist alles nur, um sich zu beschützen. Und mich. Alles, was er in der Welt hat, ist mich. Und das geht beide manchen. Also ja, er wird wahrscheinlich immer noch dich verraten, aber das ist einfach nur, weil er noch nur noch eine Sache hat, um sich zu interessieren. Also nicht ihn verraten. Und nicht verraten mich, für ihn zu stehen. Er ist mein Vater. Und ich liebe ihn. Er ist trotzdem arsch. Es ist so lange, um das jetzt zu fragen, nicht wahr? Der Vater ist richtig. Lass uns nur... nach Essen warten. Und dann, wenn Mark zu erinnern ist, dann gehen wir. Ich will nicht unsere Glück hier. Jetzt? Jetzt? Lass uns nicht heistig sein. Ich werde alles ausprobieren. Nur nicht zu schmerzen. Diese Art von Menschen sind meistens sehr schmerzen. Ja! Und wir brauchen nicht dich, die deinen Nase anzunehmen, wo es nicht gehört hat, und die uns in unsere Arschung geraten. Sagt der richtige Alter. Schickt seine Nase in unsere Angelegenheiten. Der Typ geht mir so auf den Sack, ey. Dieser Charakter, Alter. Das ist nicht mehr normal. Heilige Mama Maria. Ach, Mensch. Na gut. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.